Bei mir würde es aber stehen wie Hey Kevin, deine Haare sehen heute wieder scheiße aus Ich finde die Haare momentan echt nice, auch gerade mit dem braunen Ansatz, ne? Shut the fuck up Ich meine es ernst Ja, shut the fuck up Ich meine es wirklich ernst Okay, danke dann Es war aber so insecure, dass wir drei mal heils im Maul sagen, weil ich meine es wirklich ernst Ich bin es nicht gewohnt, dass Leute Komplimente machen Du kannst gar nicht so das handeln So voll überfordert